So ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen bei ARK Survival of the Fittest. Ja, ihr seht richtig, ich hab mich überwunden. Ich bin nicht aus der Lobby wieder rausgegangen. Soll ich euch was sagen? Ich hab Angst. Ich hab Angst. Ich werd das jetzt mal hier so versuchen. Ich hab schon 5 Matches gespielt und bin 5 mal gestorben. Und zwar ziemlich schnell. Und wir versuchen das jetzt hier. Wir machen uns direkt mal klein. Boah, ich bin am Zittern. Wir machen uns ganz klein. Ich bin so klein und ganz fein und man sieht mich nicht. Das ist wahrscheinlich der Vorteil überhaupt. Den sollte man auf jeden Fall nutzen. Ich hab mal gehört, dass die Armlänge und die Handgröße vorteilhaft wäre, wenn man das auf groß stellt. Aber das soll sich wohl wieder relativiert haben. Das gibt's wohl nicht mehr. Was man aber tun soll, ist auf jeden Fall klein machen. Ganz klein, ganz klein. Und die Hautfarbe ändern. Schön dunkel. Damit man nicht so leicht gesehen wird. So, und ich nenn mir hier Zünde Wittchen. Wenn, dann will ich auch unter meinem richtigen Namen beerdigt werden. Okay, drücken wir mal auf K. Gucken wir mal, dass wir keine blöde Sprechblase über dem Kopf haben. Ja, du Troll. Du bist viel zu groß. Wieso hat der sich jetzt so groß gemacht? Wieso hat der sich jetzt so groß gemacht? Der wollte mir nur Angst machen. Herstellbares. So, einmal das brauchen wir. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Aber ich möchte auf jeden Fall den Bogen haben. Und ich muss Pfeile da rein schmeißen. So. Okay, das haben wir. Stammverwaltung. Sünde Wittchen. Nee. Angst. Hase. Pfeffernase. Okay. Haben wir. Alles klar. Also ich hab mir, äh... Jetzt hab ich gefällt. Jetzt weiß ich, warum die alle nur mal pfeifen. Hallo? Ich will keinen Dreier. Lass mich in Ruhe. Ja. Boah. Ihr seht so furchteinflößend aus. Ihr seid alles potenzielle Mörder. Schlechter. Und alles Kerle. Habt ihr noch andere Hobbys? Okay. Also. Wo gehen wir hin? Also ich hab mir, äh, ein paar YouTube-Videos angeguckt. Äh, Survival of the Fittest. Äh, um mich einfach mal schlau zu machen, wie man hier am besten durchkommt. Ähm. Ähm. Vor allen Dingen von, äh, Mr. Helm. Vielen Dank dafür. Sehr aufschlussreiche Videos. Danke, danke. Vielleicht, äh, bist du jetzt hier, ähm, Teil eines, äh, epischen... Epischen... Warum ist das so dunkel? Ey, ich hab doch so schon Angst. Das ist bestimmt nur Effekthascherei. Äh, äh, ja. Vielleicht bist du jetzt Teil eines epischen Sieges, genau. Beim sechsten Spiel. Alles nur dir zu verdanken. Äh, 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 äh. Okay, also wo gehen wir denn hin? Da hinten ist ein bisschen frei. Das sieht nicht schlecht aus. Wobei, äh, hat natürlich auch so seine Nachteile, ne? Freie Fläche, da wird man auch schnell gesehen. Andererseits sehe ich dann Gegner auch. Boah, ich, ich bin total nervös. Ich stehe total unter Strom. Das merkt man bestimmt auch daran, wie viel ich gerade quatsche. 41 Sekunden, 40 Sekunden. Schluck. Wie viele sind wir denn noch? Das sind doch keine 25 mehr. Jetzt hau mich doch nicht, du muskelbepackter. Äh? Angst gekriegt. Wie viele sind wir denn? Also 25 sind das aber nicht mehr. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Die hauen nicht immer. Ich kann das auch. Okay, da ist der Vulkan. Da ist es aber kalt, habe ich gehört. So, da ist es... Es geht los, es geht los, es geht los. Wo gehen wir hin? Gehen wir durch die Mitte oder gehen wir nicht durch die Mitte? Ich will nicht durch die Mitte. Ich glaube, durch die Mitte lieber weg hier. Wir gehen einfach da runter zum Strand, oder? Oder wir gehen da hinten doch rüber. Da gab es auch Eisen. Habe ich bei Helen gesehen. Ähm. Ne, wir rennen hier einfach weg. Weg. Ich will mit euch gar nichts zu tun haben hier. Irgendjemand anders noch hier direkt runter? Nein. Okay, dann direkt sammeln. Oh ja. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Nein. Will ich nicht. Sammel, 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 sammel. Komm. Sammel, 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 sammel. Wir brauchen noch einen Baum. Sammel. Weg. Sechs. Spitzhack haben wir schon. Auf die Eins. Steine. Halt. Eins. Steine. Komm, 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 komm. Ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Ah, du Drexie. Ich habe da noch gar kein Speer. Acht. Ich pumpe schon. Gleich bin ich tot. Ich bin gleich die Erste. Ja, klar. Weil ich hier mit zwei Bedienungskäpfe. Hilfe. Hilfe. Verdammt. Zwei. Wolle doch diesen Duft Speer da raus. Patroller. Ah, nein. Das sind drei Stück. Das überlebe ich nie. Nein. Die Sechs. Aber ich war nicht die Erste. Ich war nicht die Erste, die gestorben ist. Oh Gott. Schon mal eine Noob bei der Arbeit gesehen? Ja. Nochmal. Das geht nicht. So viel zum epischen Sieg. Danke, Helm. Vielleicht bin ich auch einfach zu hektisch. Ich sollte mal ein bisschen mehr Ruhe an den Tag legen. Also los. Nochmal. Es sind ja schon 23 Leute drin. Ich weiß jetzt auch, wie ich das Ding nenne. Loser bei der Arbeit. Was passiert? Das sind plötzlich so wenige? Oder hat es jetzt schon angefangen? Nee. Doch. Doch, es hat angefangen. Okay, jetzt erst mal. Woosa. Welcher Film? Welcher Film? Wo kam das nochmal her? Adam Settler und Jack Nicholson. Wie hieß der Film? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Also die Taktik war ja nicht schlecht, aber gegen die los war die ziemlich bescheiden. Töten die einen besser, wenn man klein ist? Also das war auf jeden Fall nix. Das war mal gar nix. Und in meiner Panik habe ich zwar Speere gebaut, aber keinen in die Hand genommen. Und dann waren es drei und da hatte ich dann echt keine Chance mehr. Okay. Also nochmal. Äh, weiblich. Ich bin doch kein Kerl. Äh, Hautfarbe dunkel. Dünkel. Dünkel wie die Nacht. Das ist gut. Sowieso total schön. Sünde Wittchen. Da bin ich. Okay. Ähm. Sortieren. Also, Stammverwaltung. Angsthase. Pfeffernase. Angsthase. Pfeffernase. Okay. Hab ich. Und dann brauchen wir wieder. Äh, die Axt. Das Speer. Die Spitzhacke. Den Bogen. Und die Pfeile. Gut. Am liebsten würde ich alles unten einpacken. Äh. Okay. So. Irgendwas vergessen? Vorbereitet habe ich. Stamm habe ich gegründet. I love my fatherland. Ähm. Okay. Seid ihr unbenommen? You are just shitties. Äh. Ja, ich hab die Hosen gestrichen voll. What? I'm simply the best. Lord. Ja. War meister dann Lord. Über dem Lord steht, glaube ich, der Earl, ne? I am the best Führer. Naja, okay. Idioten gibt's hier also auch. Lass mich in Ruhe. Ich will nicht verprügelt werden. Die sind bekloppt, ne? Die hauen sich jetzt schon da die Köppe ein. Ich meine, das macht ja nicht mal Schaden, ne? Gar nix. Da hinten steht eine Einzelne rum. I am the best Führer. Ebreo. Ebreo? Ist das irgendeine Abkürzung für irgendwas? So langsam werde ich ruhig. Eine Minute und vier Sekunden. Ich will auch so eine Brille haben. Der hat bestimmt mal gewonnen. Viele sind hier. Zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf, vierzehn, sechzehn, siebzehn, ne? Achtzehn. Neunzehn. Erhält er stets doch. Wir sind neunzehn Spieler in achtzehn Tribes, weil einer hat noch keinen Tribe gegründet. Wenn man keinen Tribe gegründet, das weiß ich, fliegt man raus. Das war immer mein letzter Notausstieg, um zu sagen, ich mach doch nicht mit. Epige, epische Dunkelheit legt sich über das Land. Weiß bitte. Hallo? Ach nee, ist ja keiner. Das bo. Ja, ja, ebenso. Langsam hebt sich die Sonne über das Tal. 15.016 Punkte statt 15.55, weil ich gerade eben so früh gestorben bin. Das ist wirklich bitter. Das ist richtig bitter. Also diese Gegend da hinten hat mir bis jetzt kein Glück gebracht. Obwohl, nee, das war der Wald, ne? Wir gehen da hinten rüber. Wo richten sich die anderen hin aus? Nirgendwo hin? Lauf. Lauf, 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 lauf. Folgt mir einer? Ich weiß nicht. Ich traue mich gar nicht, mich umzugucken. Und direkt auf dem Stein gelandet. Okay. Sammel, 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 sammel. Baum. Und weg. Sammeln, sammeln, sammeln. Sammeln, sammeln, sammeln. Direkt hier. Drauf, rauf, 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 weg. Und hier runter. Dann dürften wir erstmal in Sicherheit sein. Da nochmal. Sechs drücken. Direkt was machen. Eins in die Hand nehmen. Hauen. Zack, zack, zack. Immer in Bewegung bleiben. Dumm daneben. Auch eine gute Strategie. Oh Mann. Was ist los? Ach so, ich bin, ähm, ja, überfordert. So, umgucken. Gibt's hier irgendwas? Ist mir einer gefolgt? Da ist keiner. Mega Neuräuber im Kopf. Da hinten ist niemand. Sieht gut aus. Okay. Ähm, die Axt brauche ich. Speere. Ich bin nicht die Erste. Ja! Ich lebe noch. Okay, äh, drei Speere. Das ist gut. Was brauche ich für den Bogen? Holz. Okay. Und dann gehen wir kurz ins Inventar und machen da Gewicht, Ausdauer, Ausdauer, Gesundheit. Bewegungsgeschwindigkeit ist auch nicht schlecht. So, haben wir. Weiter. Wir brauchen Holz auf die zwei für den Bogen. Nicht zu lange stehen bleiben. Ach, Schwein, hau ab! Weg da! Hauen, hauen. Hallo. Wieso sammelt der da kein Holz? Ist das nur ein statischer Baum? Ja, Bogen, Bogen, Bogen. Und? Pfeile, 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 Pfeile. Komm, Bau, Pfeile. Ganz viele, ganz viele, ganz viele, ganz viele. Nicht zu lange unter Schienen bleiben gucken. Da ist einer! Da ist einer! Da ist einer! Ich will nicht! Ich will nicht! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Ah, Hilfe! Und jetzt baue ich auch noch. Der tötet mich! Ich ruhe hier aber auch rum, wie blöd. Der tötet mich, der tötet mich. Ich bin schon am... Das war der Typ, der ganz am Schluss erst den Tribe gewildet hat. Was habe ich denn falsch gemacht? Ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Ich habe da blöd rumgestanden. Ich habe Pfeile gebaut. Ich hatte den Bogen nicht in der Hand. Na, macht es noch Spaß, einem Noob zuzugucken? Wie er stirbt? Ne, also so funktioniert das nicht. Und der hatte ein Schild in der Hand, ne? Der Riesenbär. Der hatte auch noch nichts an. Ich hatte auch noch nichts an. Keine Lederrüstung, kein gar nichts. Vielleicht sollte ich das mal ändern. Wie war das nochmal mit dem One-Hit auf dem Kopf, Wenn du keine Rüstungen hast, dann musst du auf jeden Fall einen Helm tragen. Ja, irgendwie so. Naja gut, jetzt habt ihr mich zweimal verlieren sehen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ich hier schon aufnehme. Zwei Matches, die waren überhaupt nicht gut. Und ich glaube, ich muss noch üben. Oh ja, ich muss auf jeden Fall noch üben. Angsthase muss üben. Also dann, bis bald. Und, ähm, tschatscha? Und, ähm, tschatscha?